Ob du als unbegleitete Minderjährige ein Recht auf Familiennachzug hast, das hängt auch erstmal davon ab, was für einen Schutzstatus du hier hast, also ob Flüchtlingsstatus, subsidiärer Schutz oder Abschiebungsverbot und außerdem ist der Familiennachzug generell in diesen Konstellationen nur möglich für die Eltern und die minderjährigen Geschwistern unter Umständen. Glockenzeichen